Zwei Männer tragen trauriges Schwarz. Niklas Kreuzer und Jonas Niedfeld, beide rot gesperrt auf der Tribüne. Aber auch ohne die Routiniers fand Halle gut ins Spiel. 15. Minute, Guy Rett mit der Chance auf sein erstes Tor im Profifußball. In der Folge wurde Oldenburg besser. Brandt zu schnell für Kreuzer Ersatzfünger und Vollert klärt. Beinahe ins eigene Netz, 0 zu 0 zur Pause. Minute 68, Eckball Dahmer, Kopfballfünger, im Nachsetzen die Führung für Halle. Glücklich zu diesem Zeitpunkt. Fünger mit seinem Startelfdebüt im Profifußball. Er zwingt das 1 zu 0. Druckabfall bei Andre Mayer. Und nur 3 Minuten später legte Halle nach. Wieder Flanke Dahmer, Zimmerschied, 2 zu 0. Halle per Doppelschlag zum 1. Saisonsieg, 2 zu 0 der Endstand. Für den HFC eminent wichtig. Nach 3 Niederlagen am Stück der Befreiungsschlag. Und das ohne die 2 wichtigsten Führungsspieler. aufbauend Mischeng. Und das ohne die 3-5-8-4-4-8-4-4-8-4-8-4-8-8-8-1. Und das ohne die 3-5-2-1.